Du bist das schönste Wesen. Wie eine Blüte öffnest Du Dich, wenn Du Dich dem Licht zuwendest, das Licht, das Du in Ewigkeit bist. Einer ist den Weg gegangen, Jesus, und er fasst Dich an die Hand. Er bittet Dich, verbinde Dich mit mir und öffne Dich für die Liebe jetzt und hier. Dann bist Du wie eine Blüte, Du fingst an zu scheinen. Du bist das Licht, Du bist das Sein. Du bist die Allgegenwart der Liebe. Jetzt, in diesem Augenblick, in der Gegenwart, kehrst Du zu Deiner Ewigkeit zurück. Eins mit dem Vater und eins mit allen. Du bist all eins und lebst zu Deinem, zu Gottes und allem wohlgefallen.